willkommen ihr lieben noch etwas kaputt aber trotzdem herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im thorsten und die habs im thumbnail gesehen es lohnt sich also es ist eine echte bereicherung kann ich euch sagen wenn ihr dieses event hier auch mit mir geschaut habt oder halt am tablet oder am handy oder wo auch immer aber die weltmeisterschaft in hamburg ist wirklich meine meinung meine bescheidene meinung wirklich wirklich gut geworden dafür dass es die allererste wm war ich war jetzt doch einen tag er da ich bin also dann doch am samstag morgen schon gefahren um die spiele auch am samstag schon mit zu bekommen und da war ich allerdings erst ein bisschen enttäuscht da gab es nicht so viel live spiele da waren wir quasi schon um 11 glaube ich fertig denn alles fand ja immer morgen statt also am 9 uhr hat die halle aufgemacht um halb zehn ging das ganze spektakel los und aber das war nicht so schlimm ich habe einen schönen tag mit einigen netten leuten in hamburg verbracht und habe auch wirklich wirklich viele leute gesehen getroffen handgeschüttelt gedrückt und weiß der geier also noch mal lieben dank dafür und ich bin froh dass das mit den karten auch so gut geklappt hat also auch das wurde dann da ja irgendwo in der halle dann geregelt aber die ganzen kämpfe und so weiter muss ich sagen in so einer live atmosphäre in so einer großen halle ist schon was ganz 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 besonderes denn das ist eine man hat so ein bisschen so gänsehaut momente auch dabei und die akustik dort ist ist riesig die ganze moderation und auch die moderatoren habt ihr ja auch mit sicherlich mit bekommen die rasten ja auch völlig aus da wenn es da mal richtig spannend wurde und es wurde ja auch richtig spannend vor allen dingen auch das feine dann mit best of drei also drei kämpfe wurden ja gemacht und die mussten auch wirklich komplett ausgespielt werden dass der zwei hart von den franzosen dann ausgerechnet dort im finale dann so harte nerven zeigt und ein einsterner hinlegt nachdem sie mit zwei drei sterne eigentlich vorgelegt hatten das natürlich pech aber so ist das spiel nun mal und ich habe noch ein paar eindrücke für euch gesammelt ich muss das jetzt mal eben nach vorne schieben dass ich euch das ein bisschen mit dokumentieren kann ihr seht die bilder jetzt ein bisschen so ich blende euch die ein also ich bin jetzt nicht wirklich so ein guter fotograf oder oder ein filmemacher man durfte auch keine großen kameras mit rein nehmen also das ganze musste irgendwo am handy stattfinden und das ist allerdings vom dota zwei turnier das war ja immer danach aber und war ja auch der haupteck aber hier habt ihr so ein bisschen so den eindruck oder mal den eindruck wie das eigentlich so aussieht in der halle mit den riesengroßen monitoren mit den ganzen visuellen effekten und so also ich muss schon sagen war wirklich wirklich nett und ja ich würde es auf jeden fall noch mal machen je nachdem ich glaube aber nicht dass die nächste noch in deutschland stattfindet und müssen auch mal gucken aber ich fand es sehr sehr gut muss ich sagen und vor allen dingen der finaltag war noch mal wirklich bombastisch was dort noch mal an show und an szene abgeliefert wurde also es war schon wirklich wirklich heavy ich glaube dies hat man am ende nicht gesehen denn dort haben noch mal alle quasi ihre flagge hochgehalten also ihre nationalitäten flagge und auch ihre preisschilder noch mal in die hand gedrückt bekommen das sind jetzt so kleine videos die ich auch ich auch zwischendurch zeige und aber ich muss schon sagen die dsl ich fand es sehr sehr gelungen muss ich muss ich gestehen und ja ich fand es sehr sehr nett also ja klar habe ich natürlich auch ein paar leute getroffen dort ich muss mal eben gucken es ist ja es ist es ist natürlich der es der noobs den habe ich da natürlich getroffen als er mal eine pause hatte beziehungsweise das war glaube ich am samstag nach dem event und natürlich darf auch er nicht fehlen dazu klar hat man immer mal einen kleinen smalltalk gehalten und die treibt leute waren ja auch immer im deutschen ich nenne mal so im deutschen blog vertreten wenn sie nicht spielen mussten fand ich auch sehr sehr nett muss ich sagen es sind halt auch leute wie du und ich und es sind halt coole spieler und es gibt ja immer ein bisschen was über clash of clans zu zu sagen aber ich habe das gleich ein bisschen vergessen muss ich sagen hier sieht er die mannschaft auch mal vor ihren spielgeräten beziehungsweise in der aufstellung das war noch am samstag und ich habe da mal so ein bisschen so ein blick zum so in die halle rein noch sind die ringe leer also das ist so quasi um 9 uhr wenn man reinkommt dann es war schon nett voll muss ich sagen beim finale war auch war es auch sehr ich fand es eigentlich gut ich denke mal so um die 4500 zuschauer waren doch da die sich für clash of clans interessierten oder halt für dota 2 keine ahnung und dementsprechend haben wir dort eine ganze menge spaß gehabt ich hoffe ihr hattet auch spaß die die mich da getroffen haben gesprochen haben oder auch nicht angesprochen haben ich hoffe ihr habt jetzt auch kein kein anderes weltbild von mir oder so kann ja auch sein so habe ich mir den gar nicht vorgestellt und so was kommt dann ja öfter mal aber so ganz ganz nebenbei gab es natürlich noch ein paar andere sachen während ich euch ein kampf eigentlich ganz gerne noch so nebenbei zeigen möchte und zwar ist das ein angriff vom lieben torben den habe ich auch kennengelernt den backfisch der war nämlich auch am finaltag noch da und hat dann auch abends mal ganz netten angriff hingelegt nämlich auch mit so einer hybrid taktik wie wir sie im finale auch oder überhaupt auf dem turnier ist gern gesehen haben da gab es ein bisschen was mit loons da gab es ein bisschen was mit kill squad ein bisschen was mit hocks und so weiter also ganz gar nicht mal so so schlecht und von daher soll ich mache euch das mal ein bisschen größer von daher lasse ich euch den mal im hintergrund laufen aber es gab ja auch noch so ein paar ganz paar ganz nette sachen es gab es ein bisschen merch und der eine andere hat sich was abgeholt oder es wurde ja auch fett verteilt muss man sagen von einigen influenzern die sich dann auch immer bei uns mal herum getummelt haben zum beispiel der sky der war sehr sehr häufig bei uns oben und war auch immer wieder der kam immer wieder mit mit ladung mit irgendwelchen sachen an wie mit diesen kleinen wie mit diesen kleinen püppchen hier also das ist der magier dann habe ich hier noch eine bogenschützen abbekommen ich kann die nur so in die kamera halten weil der green screen den grünen rasen gerade so ein bisschen verdeckt und den riesen habe ich mal eingepackt gelassen denn den muss man losschrauben aber ihr seht ihr die dimension also es ist schon es ist schon sehr sehr groß und sehr sehr filigran und auch schön eingepackt ich verpacke die sachen nachher auch wieder die sind mir viel zu schade als dass sie hier rumstehen dann als besonders gut die muss ich sagen habe ich mir die habe ich mir die bogenschützenkönigin geschnappt also das sind jetzt schon diese schweren statuen und die sind auch sehr schick die ich glaube die lasse hier auf dem tisch stehen also schon ist schon nicht anzugucken und jetzt ist auch immer hier bei mir auf dem tisch der pecker gott also es kann nur besser werden die pecker statu hier die wie ich die wie ich schon einiges kann ich euch sagen und ist komplett massiv wirklich sehr sehr schön gearbeitet auch aber die verpackung sind auch sehr sehr schön und einige haben dann ja noch andere sachen abgestaubt wie zum beispiel so ein pullover hier so oder oder auch ein hoodie als ich hier mit dem mit dem was ist das ja das ist mauerbrecher und baby drache also auch sehr sehr schick da muss ich allerdings erst rein wachsen damit mir dieses teil passt dann kann ich das meinen streams anziehen oder so ne also schon sehr nett aber der angriff hier war auch sehr sehr nett muss ich sagen also so ein bisschen hybrid ich habe dann auch gleich da hinterher getippelt na der backfisch hat da was gelernt bei dem wm kann man ja mal nach machen also guckt euch die streams ruhig im nachgang noch mal an habe ich auch getan denn ich nenne es mal so im fernsehen sieht man dann manchmal doch ein bisschen was anderes noch als ihm als dass man live dabei ist und aber wirklich coole sache auch mal das moderatoren team dort zu sehen und die vielen influenza die weltweit dort kam ich habe mit blame adam gesprochen mit lady b gesprochen und so weiter also wirklich mal nett die auch mal so kennen kennenzulernen ich meine man kennt sie immer aus den streams und aus den videos aber wenn man sie dann mal gesehen hat dann ist das noch mal eine ganz andere sache und auch mal gesprochen hat ja übrigens 79 63 noch gewonnen da war ich sogar noch dabei und habe tatsächlich noch ein zwei sterner geholt glaube ich den will ich euch mal nicht vorenthalten natürlich mit geistruppe aber ich habe einen kleinen time fail gehabt leider ein time fail gehabt aber niemand ist dann noch mal auf die base gegangen kann man ja auch mal zeigen hier mit dem rathaus außen ist natürlich ein leichtes spiel im moment noch für die geister ein paar tage haben wir sie ja noch also nutzt die geister in jedem fall noch ein bisschen aus im moment ich musste mich auch erst mal jetzt sammeln ein bisschen nach hamburg habe ich natürlich das claschen völlig nicht völlig verdrängt und vergessen weil man hat so viel clash of clans gesehen so viele eindrücke auch gewonnen auf dem turnier dass man ja irgendwo selber gar nicht mehr so auf sein handy geguckt hat was was macht eigentlich was machen meine charaktere muss ich noch angreifen ich meine jemand der bei uns mit in der gruppe war hat er hat auch immer schön seine live angriffe noch gemacht also noch mal live ist live und die ganzen streams die dann auch von treibt noch mal um den platz drei dann liefen die haben wir dann in der stadt geguckt denn die waren ja recht kurzfristig angekündigt aber ich hoffe ihr habt das auch noch gesehen treibt ist jetzt leider oder hat das turnier als vierter verlassen so ist das leben auch wenn sie gut gekämpft haben hat es halt am ende nicht für das deutsche team gereicht aber ich glaube die beiden finalisten waren denn am ende doch verdient dort auf der bühne und nova hat noch mal richtig alles gegeben dass die waren eher so ein bisschen ich hatte so ein bisschen das gefühl dass es das sind so die stillen teilnehmer dort der hype war ganz klar auf französischer seite aber auch die chinesen oder das chinesische team hatte hatte seine fans dabei und die wurden auch lautstark gefeiert und danach wurde sicherlich auch noch in clash of clans rein dort gefeiert wie gesagt man konnte ja den einen oder anderen sprechen die deutschen leute oder der deutsche blog war immer gut besetzt gut gefüllt hat gut mit gefiebert auch ich habe treibt mit mit gefiebert mit gebrüllt und auch mit gelitten so ist das nun mal was willst du machen und es macht aber spaß muss man sagen es macht spaß damit zu vielen auch zu gucken und die die ganze atmosphäre da so ein bisschen aufzusaugen für sich und vor allen dingen dann auch die vielen netten gespräche dort die die wirklich netten clasher also die deutsche szene ist schon ist schon eine wirklich nette szene und ich freue mich vor allen dingen dass ich jetzt auch mal viele gesichter gesehen habe hinter den namen die immer in den streams sind die immer wieder einen kommentar schicken und so weiter und das freut mich natürlich ganz ganz besonders dann hat man auch mal so ein bisschen so ein bild hinter dem hinter dem charakter oder hinter dem account und naja hier habe ich ein bisschen pech gehabt wird ein time fail war aber nicht so schlimm mit 96 prozent war ich dann noch ganz gut bedient muss ich sagen also auch hier war der frost glaube ich ja ich glaube der war super auf dem auf dem multi inferno und dann hat es am ende sogar noch für den zweiten multi inferno gereicht nur habe ich dann gesehen ach herrje mir läuft die zeit ein bisschen davon ihr seht dass ich habe unten noch ein bisschen clean up und so wurden das hier dann doch nur zwei sterne aber wir haben das ding ja ganz gut gewonnen hier und mal sehen wo die nächste wm stattfindet was jetzt vor allen dingen als nächstes in clash of clans kommt ich habe jetzt gesehen dass es noch irgendwas mit halloween oder sowas gibt es gibt hier wohl noch irgendwas im shop so eine statue habe ich gesehen also wie gesagt ich musste mich auch erstmal sammeln bei meinen ganzen charts die clan spiele vor allen dingen ein einsacken und ja hier gibt es das im shop die statue 1099 ist eigentlich ist ganz schick aber sie verbraucht nur unnötig platz im dorf würde ich mal so sagen und die anderen drei sachen die brauche ich jetzt nicht wirklich aber ich weiß nicht die drachen statue ist schon schick ich habe aber fünf tage zeit mir das ganze zu überlegen mal sehen und das soll es aber erst mal gewesen sein ich wollte euch einfach nur ein bisschen noch so ein paar eindrücke mitbringen und auch den eindruck von mir also fazit ist lohnt sich in jedem fall ist in jedem fall was was ganz ganz besonderes sowas mal mitzumachen und wenn es dann schon in deutschland war habe ich auch noch mal einen tag drauf gelegt fand ich auch sehr sehr gut dazu wurde ich übrigens genötigt am freitagabend in meinem discord kanal tuto reist man schon tag er an und so weiter haben wir dann realisiert hat mich auch super gefreut und ich bin auch froh dass ich das so gemacht habe auch die anreise war super die das hotel war super auch da neben dann noch mal an die discord gemeinde fürs für das schnelle raussuchen eines hotels irgendwo muss ich ja dann unterkommen und waren auch schöne beides schöne tage in hamburg war super wetter dort wir sind samstag im t-shirt herumgelaufen und jetzt wird es ein bisschen mauer aber ich meine sind wir ehrlich ist es herbst wir haben eine stunde dazu gewonnen durch die zeitumstellung und ich würde sagen wir sehen noch ein paar videos in dieser woche also haltet die ohren steif bis dahin euer toto clasht ich ich Bis zum nächsten Mal.